Im Januar begleitet uns bei Unser Sonntag Prof. Dr. Stefan Kampowski. Er ist ordentlicher Professor für Philosophische Anthropologie am Päpstlichen Theologischen Institut Johannes Paul II. für Ehe- und Familienwissenschaften in Rom. Er lehrt dort und am Vorgängerinstitut in verschiedenen Positionen seit 2005. Seit 2012 ist er auch eingeladener Professor an der Philosophischen Fakultät der Päpstlichen Universität des Heiligen Thomas von Aquin. Angelikum in Rom. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Er wurde ausgeliefert. Der Evangelist Markus wird dieses Verb, griechisch paradodinei, später auch im Zusammenhang mit Jesus verwenden. So lesen wir im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums das Wort Jesu. Jesus sagt, siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf. Und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. In dem 15. Kapitel des Evangeliums erfahren wir, dass Pilatus wusste, dass die Hohepriester Jesus aus Neid ausgeliefert hätten. Also Johannes der Täufer ist in der Tat der Vorläufer, der durch seine Predigt und seinen Taufdienst dem Herrn den Weg bereitet hat und der darüber hinaus durch sein Schicksal das Schicksal Jesu symbolisch vorwegnimmt. Aber zunächst, nachdem Johannes die Stimme in der Wüste verstummt ist, tritt der, von dem die Stimme sprach, voll in Erscheinung. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken. Markus beschreibt kurz und knapp, worin dieses Wirken besteht. Jesus verkündet das Evangelium Gottes. Das hier verwendete griechische Verb kerosene ist, wie in der Lesung geschehen, sehr gut mit verkündigen übersetzt. Die Verkündigung, das Kerygma, ist keine kateketische Unterweisung, sondern die Bekanntmachung eines Ereignisses. Und was ist das Ereignis? Das Jesus gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens verkündet. Was ist dieses Evangelium Gottes, das Jesus öffentlich bekannt macht? Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, sagt Jesus. Die Zeit, von der hier die Rede ist, ist nicht die chronologische Zeit, in der eine Minute auf die andere Minute folgt, eine Stunde um die andere Stunde vergeht. Im Griechischen benutzt der Evangelist das Wort Kairos. Ein Kairos ist ein günstiger Augenblick, eine gute Gelegenheit. Es ist die Zeit der Entscheidung, die Zeit des Handelns Gottes. Dieser Kairos ist jetzt da. Es ist der Kairos des Kommens des Reiches Gottes. Das ist der Inhalt des Evangeliums Gottes. Das Reich Gottes kommt. Ja, es ist schon da. Gott handelt. Er greift ein in diese Zeit und in diese Welt. In der Lesung, die wir heute gehört haben, heißt es, das Reich Gottes ist nahe. Im Griechischen steht das Verb nahe kommen und es steht im Perfekt. Wörtlich müsste es also heißen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist nahe gekommen. Der Unterschied scheint gering, aber er ist wichtig. Das Reich Gottes ist nicht bloß etwas Zukünftiges. Es ist schon etwas geschehen. Das Reich Gottes ist bereits nahe gekommen. Der Evangelist baut hier wohl sehr bewusst eine Spannung auf. Das Verb selbst, nahe kommen, lässt uns an etwas Zukünftiges denken. Die Zeitform, in der das Verb steht, ist jedoch die Vergangenheit. Die gerade abgeschlossene Vergangenheit, das Perfekt. Das Reich Gottes steht in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Was aber ist das Reich Gottes, das den Kern der Frohen Botschaft ausmacht? Benedikt XVI. schreibt in seinem Buch über Jesus von Nazareth, dass Jesus mit dem Reich Gottes gerade Gott selbst verkündet. Er, Jesus, sagt uns, Gott gibt es und er hält die Fäden der Welt in den Händen. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott seine Herrschaft ausübt. Es ist der Herrschaftsbereich Gottes. Der Grund, warum das Reich, warum diese Herrschaft nahe ist, liegt darin, dass Jesus gekommen ist. So schreibt Benedikt, er selbst, Jesus, ist der Schatz und die Gemeinschaft mit ihm ist die kostbare Perle. Auf dieses Ereignis, auf das in Jesus bereits geschehene Sich-Nahen des Reiches Gottes, sind wir nun berufen, zu reagieren. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, so heißt es. Das Wort vom Kommen des Reiches fordert eine Antwort des Menschen, die in Umkehr und Glaube besteht. Die Metanoia, ein Wort, das gewöhnlich und zurecht mit Umkehr übersetzt wird, ist im wörtlichen Sinn eine Verwandlung der Geisteshaltung, eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie wir denken, fühlen und urteilen. Es geht nicht um kosmetische Eingriffe, hier ein bisschen zuvorkommender sein, hier und dort ein bisschen geduldiger zu werden und nicht immer gleich dem Ärger Luft zu machen. Nein, es geht um eine tiefgreifende Veränderung des Seins und des praktischen Verhaltens. Mit dem Glauben an das Evangelium wiederum ist etwas gemeint, das über ein bloßes Für-Wahrheiten hinausgeht. Glaube setzt Umkehr voraus, geht mit ihr einher und bedeutet, sich dem Evangelium anzuvertrauen, es zur Mitte des eigenen Lebens zu machen. Auf die Beschreibung der Verkündigung Jesu folgt im Markus-Evangelium unmittelbar die Schilderung der Berufung der ersten Jünger. Wir können davon ausgehen, dass die Berufungsgeschichten im Sinne des Verfassers als konkrete Beispiele dafür dienen sollen, wie die Antwort auf die Verkündigung des Reiches aussieht, wie Umkehr und Glaube konkret aussehen können und sollen. Markus erzählt, wie Jesus zwei Brüderpaare berupt. Zuerst Simon und Andreas und dann Jakobus und Johannes. In beiden Fällen geschieht die Berufung im Alltag. Alle vier gehen ihrer Arbeit nach. Sie sind Fischer. Sie arbeiten an ihren Netzen. Jesus geht am See entlang. Er sieht sie. Er spricht sie an. Er lädt sie ein, ihm zu folgen. Es ist Jesus, der die Initiative ergreift. Das ist zunächst erstaunlich. Denn normalerweise, das nicht nur in der Antike, sondern auch heute noch, ist das Verhältnis zwischen Jünger und Meister doch genau umgekehrt. Normalerweise sucht sich der Jünger seinen Meister aus, von dem er lernen will, um dann selbst Meister zu werden. Hier ist es aber anders. Der Herr ist es, der ruft. Und ebenso radikal wie der Ruf, wie das Wort, das an die Jünger ergeht, ist die Antwort, die sie geben. In der Berufungsgeschichte des Elisha im ersten Buch der Könige, dort hat der von Elia gerufene noch Zeit, sich in Ruhe von seiner Familie zu verabschieden. Hier dagegen, bei aller erzähltechnischen Anspielung auf eben diese alttestamentliche Episode, ist es in dieser Hinsicht ganz anders. Wir lesen, sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern zurück und folgten Jesus nach. Die Jünger verlassen sofort ihre Arbeit und im Falle des Jakobus und Johannes ausdrücklich auch ihre Familie, ihren Vater, den sie allerdings mit den Tagelöhnern wussten, was bedeutet, dass er sich in einer finanziell einigermaßen abgesicherten Situation befand. Alles, was ihnen wichtig war, alles, was bisher für sie von Bedeutung war, tritt nun in den Hintergrund, denn sie sind dem begegnet, der wirklich zählt. Ihm nachzufolgen heißt, nun nicht mehr nur seine Lehre zu lernen, wie es bei anderen jüdischen Meistern bei den Rabbis der Fall gewesen wäre. Insofern Jesus ein Wanderprediger ist, bedeutet Nachfolge für die Jünger zunächst einmal buchstäblich mit ihm zu gehen, mit ihm zu wandern, mit dem Wanderprediger zu wandern, mit ihm zu wandeln, die Zeit, ja das ganze Leben mit ihm zu teilen. Und mit der Berufung, folgt mir nach, werdet mir ähnlich, mit dieser Berufung kommt dann auch eine Sendung. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Berufung der Jünger, ganz aus der Gnade und völlig unverdient, diese Berufung beinhaltet dann auch eine Sendung. Die Berufenden sind wenige, aber diese wenigen sind, wie Josef Ratzinger einmal gesagt hat, der Ausgangspunkt, durch den Gott die vielen retten will. Die Jünger Jesu sind wenige, aber so wie Jesus der eine für die vielen war, so ist und bleibt es auch ihr Auftrag, nicht nur gegen, sondern für die vielen zu sein. Das erste Wort, das Jesus im Markus-Evangelium an seine Jünger richtet, lautet, folgt mir nach. Es ist die Berufung der wenigen. Das letzte Wort, das Jesus im Markus-Evangelium an die Jünger richtet, lautet, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist die Sendung zu den vielen. Der Herr ruft in die Nachfolge und in die Gemeinschaft mit ihm und damit auch in die Gemeinschaft mit allen anderen, die diesen Ruf in die Nachfolge annehmen. Aus der Kraft dieser Gemeinschaft, dieser Nähe zum Herrn und zu den Brüdern und Schwestern im Herrn, kann der Jünger dann auch die Sendung leben, die er vom Herrn empfangen hat. Nämlich die Sendung, die umsonst empfangene Gnade weiterzugeben, das empfangene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es leuchten zu lassen, das Reich Gottes in sich selbst wirken zu lassen und so auch Sauerteig in der Welt zu werden, damit das Reich wachse und die ganze Welt von innen her durchdringe. Verbringen auch wir Zeit mit dem Herrn, hören wir auf seinen Ruf, richten wir unser Leben nach ihm aus und lassen wir uns von ihm senden, wohin er will.